Hallo, mein Name ist Philipp Meichenitsch, ich bin PGA Teaching Professional am Grazer Golf Club in Talbe, Graz und heute möchte ich dich recht herzlich begrüßen zu Teil 2 der Best Ball Runde in Moorhof. Was ist grundsätzlich der Best Ball Spielmodus? Schaut folgendermaßen aus, wenn drei Leute von einem Viererflight ein Paar spielen und einer ein Birdie, dann wird das Birdie für den Score notiert. Teil 1 kannst du auf dem Kanal von meinem Freund und Kollegen Florian Ragl anschauen und ich würde dich bitten, schau dir zuerst Teil 1 an, bevor du hierher zurückkommst zu Teil 2. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und solltest du schon ein Abonnent sein, dann klick bitte die Glocke, um immer am neuesten Stand zu bleiben. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Video. O, gut! Nice! Schauen wir mal, wenn ich ihn habe. Vielen Dank. 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 Wow. Super pat. Go. Get legs. Get legs. Go. 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 Go.